ja willkommen zurück wir machen jetzt weiter bei teil 2 und zwei kapitel 2 text feinarbeiten und maske wo waren wir geblieben ach ja und sagen ihm einfach ok layout anmachen und verschieben das ganze 80 prozent auch hier können wir wissen verschieben wieder in etwa so wir haben unsere gebilder stehen und jetzt fehlt uns natürlich wieder die drehung das heißt wir müssen doch schon etwas mehr machen als das hier würde ich jetzt alles übereinander legen sind wir glaube ich ein bisschen zu hoch so sind wir definitiv jetzt aber der blenden so noch da können wir sowieso mit anfangen das heißt auch der müsste jetzt mal in der y-achse etwas weniger haben ich würde hier aussagen werden etwas kleiner 70 und gucken wie das in 3d wenn wir das mal ändern sich ändert bisschen höher würde ich das aufsetzen damit wir wirklich den platz haben nachher das ganze durchzuführen gut der zweite ist genauso ein problem natürlich acht nicht in der titel so sondern hier auch hier wieder 3d einstern 30 und auch hier nehmen wir mal etwas kleiner gucken dass wir das auch ein bisschen mittig kriegen im vergleich zu der rest das ist nur noch frickel arbeit aber nachher ist es umso besser layout auch hier ach so den hatte wir schon nehmen wir die texten die layout wieder auf 3d stellen und dies auf 30 prozent so weit so gut so jetzt haben wir nur noch ein problem und das ist diese text hier hat sich bewegt ja sagen sie können in der titel doch ohne weiteres ein bewegung erzeugen nämlich ja wie wir alle wissen wenn wir hier den bereich auswählen kann ich wenn ich auf den feldtaste gehe kann ich sagen starten standbild rollen von unten nach oben oder von oben nach unten et cetera problem ist dann läuft er auch weiter durch und das haben wir hier definitiv nicht das zweite problem was wir haben wir haben wenn wir es richtig angucken unten wieder so etwas wie aus dem nichts nach eine helle umgebung das heißt auch da haben wir wieder eine maske benutzt und das ganze nicht sofort sichtbar zu machen gut damit wir das machen können ist es relativ einfach in der layout wieder wir können also den layout nehmen jetzt ist es so ähnlich wie bei die maske da haben wir auch schon mal über diese punkte gesprochen sprich sie können in der maske einfach sagen wo bis wo er arbeiten soll damit wir jetzt auch genügend platz haben müssen wir einen schritt noch mehr machen wir müssen die ein bisschen länger machen weil so kurz wird unsere auto nicht sein das heißt wir müssen genügend platz haben um auch eine bewegung zu erstellen aber mal in etwa diese richtung gut wir können jetzt auf die erste der texte gehen und diese text nein nicht auf die texte gehen aber in der layout das etwas und im prinzip ist dass der endpunkt die wir haben wollen wir sagen also hier mal nach 8.8 sekunde die sollte natürlich eingehalten werden bei beiden seiten diese endstation möchte wir erzeugen das heißt layout wird jetzt eingeschaltet wir machen hier durch auf der keyframe hinzufügen überall ein keyframe sollte sie einzeln brauchen können sie auch einzelne anpassen vorne vorsichtshalber die gleiche vorgang nur dass wir jetzt im prinzip nach unten gehen können das heißt im prinzip müssen wir dafür sorgen dass diese ganze geschichte nach unten wegläuft das heißt gehen wir mal bei ando und machen jetzt einfach gut den y-achse so weit nach unten dass wir das bild verschwunden haben sagen wir einfach mal 100 prozent so das heißt wir haben jetzt hier mit erzeugt eine bewegung wodurch diese titel quasi das macht was wir wollen nämlich von unten nach oben reinkommen und dann hier oben stehen bleiben gut das gleiche müssen wir noch mal mit der andere titel machen die vorgaben haben wir ja behalten das heißt wir haben hier gesagt dass wir nach 8 sekunden eine änderung haben möchte das heißt erstmal genau speichern wir die zustand die wir jetzt haben hier ab und hier nehmen wir erstmal keyframes dazu und sagen hier einfach jetzt ich möchte in der position auf 100 sein noch einmal gucken wie das aussieht das heißt wir schauen einfach jetzt mal ob das richtig kommt ja das sieht gut aus das heißt die höhe stimmt und wir haben dadurch im prinzip das erreicht was wir haben wollen außer dass in der unteren bereich natürlich noch eine sichtfenster vorhanden ist deshalb gehen wir jetzt mal zu dem mal wieder herunter und nehmen einfach von der vorherige ein kopie wieder mit der stringtaste gedrückt und rübergelegt jetzt haben wir natürlich eine kopie die auf der gleiche stelle liegt das heißt wir klicken an gehen auf maske und bewegen einfach die maske hier hin und schauen wir mal ja so sieht es doch ordentlich aus das heißt wir können den schon verlängern hier das gleiche machen und wir haben jetzt unsere komplette geschichte so wie wir sagen möchte jetzt brauchen wir es nur noch auf der richtigen länge zu setzen und im prinzip können wir dann sagen okay wir haben es das erreicht was wir wollten eventuell würde ich die jetzt noch ein bisschen nach rechts verschieben das schöne daran ist wir können jetzt diese geschichten auch noch mal kopieren bei texten kann man immer ersetzen ich würde jetzt zwei sachen machen einmal wird es einfach wieder abgespeichert unter die name die wir haben und zweitens können wir jetzt eine vorlage weg speichern das heißt alles was wir nicht brauchen können wir jetzt weg tun der andere sache und sagen einfach speichern unter ich würde sowieso immer speichern unternehmen damit das einfache ist und sagen einfach vorlage ja das war es von meiner seite ich hoffe es hat ihnen was gebracht es war natürlich ein bisschen schwieriger als die standard sachen aber sie sehen es lohnt sich trotzdem darüber nachzudenken mal einmal so ein outro zu machen und der nächste mal brauchst du nur noch entweder die titel zu ändern oder eben dementsprechend das anzupassen so wie sie es haben möchte ich wünsche ihnen viel spaß weiter und bis zum nächsten mal